Mich interessieren unendliche Flächen. Ich schaue mal zwei Graphen an. Der rote Graph ist 1 durch x, der blaue 1 durch x². Und ich möchte jetzt, nehmen wir mal den blauen von, ich starte bei 1, so bei 1 und die Fläche von hier bis in alle Ewigkeit bis unendlich. Den möchte ich versuchen auszurechnen. Und dann das gleiche für den roten, von 1 bis in alle Ewigkeit. Und los geht's. Dazu nehme ich die Werkzeuge der Integration. Ich fange mal an mit dem blauen. Ja, dann machen wir es auch blau. Also die Fläche ist ja Integral von 1 und jetzt eben bis unendlich über 1 durch x² dx. Und das ist nicht schön. Unendlich ist keine Zahl, so wie 7 oder 8. Darf da nicht mitspielen, passt da nicht rein. Also so, die Schreibweise ist für einen Mathematiker schwierig. Der Physiker macht's einfach. Weil unendlich, ja, so was ist unendlich plus 1? Das ist wieder unendlich. Also die hält sich nicht an die Spielregeln, die wir so ausgemacht haben. Deswegen ist es jetzt in der Mathematik wichtiger, das so zu schreiben. Limes, A gegen unendlich. Integration von 1 bis A, 1 durch x² dx. Also A ist jetzt eine Zahl, die sich an alle Spielregeln hält. Aber A bewegt sich an die Grenze unendlich ran. Ja, und die macht eben nicht so komische Sachen wie, dass A plus 1 immer noch A wäre. A ist eine brave Zahl. Gut, und jetzt kann ich das Ganze integrieren. Und zwar, weil von 1 bis A, da kann ich integrieren. Also mal schauen, Limes, ein bisschen lästig. So, Integral von 1 bis A. Diese 1 durch x² schreibe ich als x hoch minus 2 dx, weil dann finde ich die Stammfunktion. Jetzt bin ich faul, einfach A gegen unendlich. Eckige Klammer. Und vielleicht ein bisschen größer, damit es hier so, ja, genau. x hoch minus 2, der hat Exponent, immer schreibe ich hier, also Eckige Klammer. Exponent um 1 größer, minus 2 um 1 größer ist minus 1. Und hier 1 durch minus 1, da, da, da. 1 bis A und eben A gegen unendlich. Ein bisschen netter hinschreiben, das ist einfach minus 1 durch x. 1 bis A und dann einsetzen. Ist obere minus untere Grenze. ja, A eingesetzt, minus 1 durch A minus, und hier minus 1 durch 1. So, und jetzt nachdenken. Es gilt ja hier immer noch, eigentlich müsste ich hinschreiben, Limes A gegen unendlich. Stimmt, ja. Und an der Stelle, wenn A gegen unendlich geht, ja, 1 durch eine Milliarde ist fast 0. Dann bewegt sich dieser Term 1 durch A gegen 0. Ja, also A läuft komponentlich, dann läuft das 1 durch A gegen 0. Und dann kann ich das wegschmeißen. Also Limes bedeutet ja, an welche Grenze bewegt sich dieser Term. Der Term bewegt sich an die Grenze 0. Und da hinten habe ich aber noch ein Minus, Minus. Das heißt, da kommt raus 1. Was habe ich ausgerechnet? Das ist ein schöner Wert. Die Fläche, diese blaue Fläche, hat die Fläche A gleich 1. Also wenn es hier so ein Meter ist, ein Quadratmeter ist da. Von hier bis unendlich. Das erscheint manchen ein bisschen komisch, weil da kommt ja zwar wenig dazu, aber es kommt immer was dazu. Und trotzdem soll das jetzt nur ein Quadratmeter sein, obwohl immer unendlich oft was dazukommt. Dazu jetzt ein Beispiel. Genau. Wenn ich jetzt hier so ein Quadrat habe. Ja, auch wieder so. Ein Meter, ein Meter ist ein Quadratmeter. Und dann nehme ich eine erste Fläche, das ist ein halber Quadratmeter. Und die zweite Fläche, dann addiere ich 1 Viertel Quadratmeter. Und dann addiere ich dann wieder die Hälfte. Und dann addiere ich wieder die Hälfte. Und ich mache dieses Spiel weiter. Ich addiere immer die Hälfte und kann nicht hier zoomen. In der Mathematik kann ich beliebig zoomen. Und ich nehme wieder die Hälfte und addiere es dazu. Und ich nehme wieder die Hälfte und addiere es dazu. Und so weiter und so weiter und so weiter. Dann was mache ich? Unendlich oft kommt eine Fläche dazu, aber es bleibt immer kleiner als ein Quadratmeter. Es nähert sich an diesen einen Quadratmeter beliebig nah an. Das ist die Grenze, an die es geht. Und genau das haben wir oben gemacht. Also eine unendliche Summe kann auch endliche Werte haben. Muss es aber nicht. Deswegen jetzt mal hier das zweite Beispiel. Das zweite Beispiel war ja, das ist schon mal so eine größere Fläche. Also die Fläche ist deutlich größer als die blaue Fläche und kann trotzdem endlich sein. Aber die, also von 1 durch x, da wird jetzt auch integriert. Los geht's. Irgendwo Platz. Also Integration. Integration Limes. A gegen unendlich. Von 1 bis A. 1 durch x dx ist gleich Limes. 1 gegen A. x hoch minus 1 dx. So. A gegen unendlich. Wenn man jetzt hier versucht, den Exponenten um 1 größer zu machen wird, man merkt, das geht nicht, weil um 1 größer habe ich ein x hoch 0 und das wäre eine Konstante. Das kann nicht sein. Und dann fällt einem ein, der, die Stammfunktion ist der L-M. L-M-Betrag von x. Okay. Also Limes x, äh A gegen 0, A gegen unendlich. Stammfunktion. L-M-Betrag von x, Betrag von 1 bis A. Obere Grenze minus untere Grenze ist gleich. Also A gegen unendlich. L-M-Betrag von A. Also positiv. Können Betrag weglassen. Minus L-M-1. Genau. L-M-1 ist 0. Fällt weg. Was ist jetzt hier? Wenn A riesig wird, was wird mit L-M-A? Und das muss man wissen. Der L-M läuft sehr langsam gegen unendlich, aber läuft gegen unendlich. Also das geht hier. Kein Platz mehr da unten, aber das läuft gegen unendlich. Nochmal so wenig Platz. Der L-M schaut so aus und wenn ich hier gegen unendlich laufe, läuft er. Langsamer geht es gar nicht, aber er bewegt sich immer weiter rauf. Er macht nicht wie andere Funktionen, dass er irgendwann durch eine Schwelle nicht mehr durchgeht. Nein, er geht immer weiter rauf. Und deswegen ist die Fläche unendlich. Also die Fläche, die wir hier hatten, das sind jetzt zwei schöne Beispiele. Die rote Fläche ist unendlich und die blaue Fläche gibt einen Quadratmeter. Und ich finde es nur raus, indem ich eine saubere Integration mache, eben mit diesem A. Und ein 1 durch A fällt weg oder ein 1 durch A Quadrat fällt alles weg. 1 durch Milliarde Quadrat fällt weg, aber eben ein L in A wird unendlich. Oder wenn ich sowas wie 3 A hätte, das wird auch unendlich.